Philipp, ich habe eine Überraschung für dich. Was denn, Mutti? Unser Baby wird ein Mädchen. Oh, ein Mädchen? Kann ich nicht lieber einen Hund haben? Ein Mädchen ist doch was Tolles. Okay, gib ihr halt den von mir. Sie wird ihn vielleicht noch brauchen können. Schließlich kriegt sie es ja mit mir zu tun. Original-Fruchtswerge, unsere Milchriesen. Mehr als 100 Danone-Forscher sind täglich aktiv, um die gesunde Ernährung unserer Kinder zu verbessern. Danone, wenn nur alles Gute so gesund wäre. Polo, der einzige seiner Klasse mit ABS serienmäßig. Da freut sich die ganze Familie. Jetzt Odolmed 3 antibakteriell. Auch wenn Sie gründlich Zähne putzen, können an Problemstellen Bakterien zurückbleiben. Zahnbelag, Parodontose und Karies sind die Folgen. Odolmed 3 wird antibakteriell und bekämpft Bakterien dort, wo sie am gefährlichsten sind. Odolmed 3 Mundspülung wird antibakteriell. Ritzi-Bitzi von Knau. Hört sich gut an. Ganz neue Reisgerichte. Da ist alles drin. Ritzi-Bitzi. Ritzi-Bitzi. In 5 Minuten fertig und genug für 2. Knau Ritzi-Bitzi. So schmeckt es richtig gut. Auch neu, der Polo XXL. Tolle Ausstattung, so günstig. Kreativ sein und Spaß dabei haben. Das können Sie jetzt mit Dekorieren leicht gemacht. Die vielseitige Stoffwickeltechnik, kein Problem. Toll, was man mit dem Maserierungswerkzeug oder einem Schwamm alles machen kann. Heft 1 mit Video, 2 Schablonen und Maserierungswerkzeug für nur 6,80 Mark. Dem Dr. Best Forschungsteam ist es jetzt gelungen, die Dr. Best Schwingkopf entscheidend zu verbessern. Mit dem neu entwickelten Kugelgelenk können Sie noch besser die Stellen im Mund reinigen, die andere Bürsten nur schwer erreichen. Und durch die neue Dr. Best Federung wird Ihr Zahnfleisch nicht verletzt. Die neue Dr. Best Schwingkopf, die klügere Zahnbürste, gibt nach. Die Dr. Best Schwingkopf, die klügere Zahnbürste, gibt nach. Die Dr. Best Interdent mit Hochtiefborsten, die auch zwischen den Zähnen reinigen, hat jetzt auch das neue Kugelgelenk. Dr. Best Interdent, die klügere Zahnbürste, gibt nach. Jetzt habe ich etwas wirklich Neues entdeckt. Von Knorr, Liebstöcke, Basilikum, Petersilie, Thymian, alles was man zum Kochen mit Kräutern braucht. Knorr Kräuterlinge. Raffinierte kleine Helfer. Kräuterlinge. Damit schmeckt alles wie mit frischen Kräutern. Knorr Kräuterlinge. So schmeckt es richtig gut. Der besondere Tipp von Chefkoch Michael Wollenberg. Biskin Spezial Öl. Das wird schön heiß und hat einen feinen Buttergeschmack. Biskin Spezial Öl. Das einmalige ist der feine Buttergeschmack. Hey, guck mal, die von Sunil sind ja schwer auf Draht. Ein neues Sunil Aktiv. Neu? Ein klarer Fall für die Werbung. Klar, nur viel wichtiger, das neue Sunil Aktiv wäscht so gut wie viele teurere Marken. Aber zum Sunil Preis. Darauf gibt es die Sunil Leistungsgarantie. Bist du nicht zufrieden, gibt es das Geld zurück. Wow, hört sich gut an. Die meisten Menschen wissen schon, worauf es ankommt. Das neue Sunil Aktiv. Überzeugen Sie sich selbst. Polaroid 636 CL Kamera kostet jetzt 49,90 Mark. Unverbindliche Preisempfehlung. Oh, Triven. Und der Schnupfen muss gehen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Manchmal ist es an der Zeit, seine Gäste richtig zu verwöhnen. Da hat man Lust auf etwas Außergewöhnliches. Biermont Kirschenzeit. Etwas ganz besonders Verführerisches. Kirschen so knackig, die schmecken so frisch. Mon Cherie ist einfach verführerisch. Na dann ist es so weit. Biermont Kirschenzeit. Mon Cherie mit der Biermont Kirsche. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Dusche, meine Badewanne und mein Schaukelpferdchen. Aber in der Schule da war's... Mein Anlageberater. Wenn's um Geld geht, Sparkatze. Das muss Kessel in den Niveau. Das muss Kessel in den Niveau. Ha! Das Warten ist vorbei! Das muss Kessel in den Niveau. Wer ne, das muss Kessel jetzt überall auf Video! Wenn süß die Heidelbeere milden Joghurt berührt, dann ist es der große Bauer, der dich in die Sommerfrische entführt. Frisch vom Land. Der große Bauer. Die große Sommerfrische. Jean-Claude Van Damme. Der Auftakt zu einer spektakulären Filmreihe. Geballte Lauf. Heute 22.40 Uhr auf ProSieben. Die letzten Minuten deines Lebens sind ein Film. Die Zeit vergeht, mein Junge. Martin Landau, Sharon Stone und Richard Gere in Begegnungen. Morgen 20.15 Uhr auf ProSieben. Hoch konzentriert, hellwach und gefährlich. Der Sentinel. Seht aus, als läge uns die ganze Stadt zu fließen. Ein Terroranschlag auf das Nervensystem der Polizei. Was ist mit dem Notsendenetz? Wähle 911. Keine Verbindung. Da stimmt doch was nicht. Doch einer spürt die Gefahr. Sein Gehör ist seine beste Waffe. Wie viele sind da draußen? Wie viele Tote haben wir jetzt? Detective James Allison kämpft gegen einen unsichtbaren Gegner. Der Sentinel im Auge des Jägers. Dienstag 20.15 Uhr auf ProSieben. Jetzt geht's weiter. Präsentiert von TV Today. TV Today. Das ist natürlich. Ich bin mein Video.